Hallo, mein Name ist David Custodes. Ich führe das Captiva mit meinem Vater zusammen. Wir bieten ein sehr umfangreiches Frühstück an, dass wir aufgrund der Vielfalt, die es in Oldenburg gibt, gerne etwas hervorbringen wollten. Unsere Intention war, das mit einem Video perfekt rüberbringen zu können, um den Leuten zu zeigen, wie viel wir frisch machen, wie lecker es bei uns aussieht und dass wir wirklich etwas Besonderes bieten. Mit EasyFilm haben wir sehr gerne zusammengearbeitet. Der Ablauf war wirklich sehr kompetent und freundlich. Man hat sich nach unseren Zeiten gerichtet. Wir waren natürlich sehr gespannt auf das Ergebnis von EasyFilm, weil wir wirklich große Erwartungen hatten und uns viel vorgestellt haben, was in dem Video alles drin sein soll. Es hat uns genau das gebracht, was wir uns erhofft haben. Extrem viele Klickzahlen auf Facebook. Viele Leute sind auf uns aufmerksam geworden, die uns vorher noch nicht kannten. Stammgäste sind mal wieder zu uns gekommen, die vielleicht länger nicht da waren und wir wurden wirklich sehr oft darauf angesprochen. Reservierungszahlen sind dazu auch noch extrem nach oben gegangen. Ob ich EasyFilm weiterempfehlen würde, ist eigentlich gar keine Frage. Es hat sich perfekt in unseren Arbeitsablauf integrieren lassen. Wir hatten überhaupt keine Probleme und am Ende hat das Preis-Leistungs-Verhältnis auch noch perfekt gestimmt. Das ist ein bisschen mehr, was wir haben.